In der Ausgangssituation befindet sich der Fischmarkt bei einem Preis von 2 Euro pro Kilogramm im Gleichgewicht. Dabei werden 600.000 Kilogramm Fisch verkauft. Nun sollen die Produzenten auf jedes Kilogramm gefangenen Fisch 1,50 Euro an Steuern abführen. Damit erhöhen sich die Grenzkosten der Produzenten um genau diesen Steuersatz. Die Gleichgewichtsmenge in Höhe von 600.000 Kilogramm sind die Anbieter deshalb nur bereit, zu einem Preis von 3,50 Euro zu verkaufen. Auch für jede andere geplante Angebotsmenge gilt, dass diese verkauft wird, wenn der Preis um 1,50 Euro höher als ohne die Steuer wäre. Die Angebotsgerade verschiebt sich damit nach der Einführung der Steuer um genau 1,50 Euro nach oben. Was wäre, wenn die Anbieter versuchen, den Steuersatz auf den ursprünglichen Preis aufzuschlagen? Das würde nicht dauerhaft gelingen, denn bei einem Preis von 3,50 Euro kommt es zu einem Angebotsüberhang von rund 300.000 Kilogramm. Bei dem alten Preis von 2 Euro würden die Produzenten dagegen ihr Angebot einstellen. Deshalb wird sich der Preis in einem neuen Gleichgewicht bei 3 Euro pro Kilogramm einpendeln. Die Verkaufsmenge wird dabei auf 400.000 Kilogramm sinken. Als erstes Ergebnis können wir also festhalten, dass die Steuer zu einem höheren Preis bei geringerer Verkaufsmenge geführt hat. Damit steht nun fest, wie hoch die Steuereinnahmen des Staates sind. Da 400.000 Kilogramm Fisch verkauft werden, werden insgesamt 400.000 mal 1,50 Euro, also 600.000 Euro an den Fiskus, abgeführt. Die Höhe dieses Steueraufkommens entspricht dem Flächeninhalt des grau markierten Rechtecks. Die Konsumentenrente lässt sich wie üblich als Fläche des roten Dreiecks unterhalb der Nachfragegerade und oberhalb des Marktpreises von 3 Euro ablesen. Die Produzentenrente ergibt sich aus dem Flächeninhalt des blauen Dreiecks oberhalb der neuen Angebotsgeraden und unterhalb des Verkaufspreises von 3 Euro. Der Nettopreis, also der Verkaufspreis abzüglich des Steuersatzes, beträgt hier 1,50 Euro auf diesem Markt. Deshalb gelangt man bei der Messung der Produzentenrente zum gleichen Ergebnis, wenn man die Fläche des Dreiecks zwischen der alten Angebotsgeraden und dem Nettopreis betrachtet. Wir wollen diese Darstellung beibehalten, denn sie zeigt uns sehr schön an, wie sich der Wohlstandsgewinn auf diesem Markt zwischen Konsumenten, Produzenten und Staat aufteilt. Zum Vergleich erinnern wir uns noch einmal an die Höhe von Konsumenten- und Produzentenrente bei unversteuertem Fischangebot. Bei dem alten Marktgleichgewicht zu 2 Euro pro Kilogramm konnten beide Marktseiten einen größeren Vorteil erzielen. Ein Teil dieser Vorteile ist nun über die Steuerzahlung an den Staat übertragen worden. Nun kommt es darauf an, was mit diesen Steuereinnahmen geschieht. Sie können zum Beispiel durch Transferzahlungen wieder an die Marktteilnehmer zurückfließen. Wir wollen unterstellen, dass der Staat mit der Verausgabung der Steuermittel weder mehr noch weniger Nutzen stiftet, als es dem Wert des Steueraufkommens entspricht. Hat die Einführung der Steuer dann nur zu einer reinen Umverteilung geführt, ohne dass sich der Wohlstand in der Volkswirtschaft geändert hat? Nein, tatsächlich hat sich dann der Wohlstand um das dunkel markierte Dreieck vermindert. Dieser Wohlstandsverlust tritt ein, weil die Mengensteuer einen Keil in die Preisbildung des Marktes treibt. Der Preis, den die Kunden zahlen müssen, ist nämlich höher als die eigentlichen Grenzkosten der Produktion. Damit führt die Erhebung der Steuer zu einer Unterversorgung am Markt und damit zu einem Effizienzverlust. Untertitelung des ZDF für funk, 2017